Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are on the journey. If you require assistance, I will help you. I come from Miraf, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. Yeah, charmant. Also, sie scheint nicht sehr gemocht zu sein. Hat aber nichts Neues mehr gesagt. Okay. Ja, ja, ja. Oh, da ist ein getarnter Sensentyp. Oh, oh. Was machst du da? Ich will nicht wissen, was passiert, wenn der einen greift. So, weg mit dir. Hier habe ich schon wieder so eine Stelle, wo ich eventuell, genau, wo ich rüber könnte, aber wo ich nicht weiß, ob ich zurückkomme. Hey, da will ich nicht hin. Nee, 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 nee. Da will ich nicht hin. Ich will jetzt... Oh. Ich will jetzt zu irgendeinem Leuchtfeuer. Und von da aus dann nach Hause. Und dann will ich zurück zu dem ersten Leuchtfeuer hier in Gebiet und dann da weiter gucken auf dem Sims, wo ich war, bevor ich runtergefallen bin. Also, es war cool, wie ich runtergefallen bin mit Überexplosionen und Bäm und Zeug, aber trotzdem will ich wissen, was da ist. Äh, zing. Komm, 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 komm. Ah, okay. Okay. Also, wir können schneller zaubern, als er sich von dem Schock erholen kann, von einem Zauber getroffen zu werden. Wichtige Information, das. Äh, steht hier. Hier ist Sniper Spot. Oh. Das ist ja mal schick. Oh. Ich... Ich hab grad was gepullt. Ähm. Oh, warte mal, da ist ein Schwarzpulverfass. Also, ich warte jetzt, bis das, was ich gepullt hab, wenn die denn überhaupt irgendwie hier hinkommen können. Hier landet und dann explodier ich alles? Ich hör ganz viele gepanzerte Füße. Ah, da ist eine Tür im Weg. Wzzz. Ich brauch Flächen sauber. Ich brauch so einen richtigen Feuerball. Ähm, okay. Ähm, hm. Das merke ich mir für später. Also, später, sobald unsere Seelen sicher sind und alles. Ich weiß, ich könnte es jederzeit machen mit dem Heimkehrknochen. Also, später, wenn unsere Seelen sicher sind, dann öffne ich mal die Tür. Und dann können wir später bei einem anderen Run von hinten sie antingen, dass sie denn uns entgegengelaufen kommen. Anstatt, dass wir hier auf ihre, nach ihren Regeln da drin kämpfen. Weil ich denke mal, es wird zu eng sein, um ordentlich auszuweichen. Na ja, da komme ich nicht rein. Ah, doch. Piu. 180. Das ist nicht viel. Oh, und wieder ein Fass, das wir weggehen können. Versteckplatz voraus. Ding. Ding. Bam. Oh, da hat's was beweeeeeegt. Oh, noch was. Oh, ich kenne ich doch. Ihr wart immer mit diesen komischen Ninjas zusammen. Beim Ziegen-Dämon. Oh, hallo. Kann ich dich anzaubern? Ja. Tür ist abgeschlossen. Oh, ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Lit. Ich guck nochmal ganz kurz hier rein. Denn hier ist ein alter Bekannter. Hallo du. Oh, warum kann es nicht so einfach sein? Ja. Er spricht nicht mit uns. Also, bin mir ziemlich sicher, er spricht mit der Waffe, die er gerade ausprobiert hat. Nicht mit uns. Entweder das oder er zieht gerade im Gedanken Talana aus. Hm. Also auch nicht Talana, sondern er spricht von der Flamme. Und das wird die Glut sein. Und mit Gluten kennen wir uns ja doch schon aus, seit dem ersten Teil. Hier haben wir bisher noch keine gefunden. Genau, er sagt, ich sollte losziehen und mal wieder einen Ember finden. Also eine Glut. Als wenn er jemals irgendwas davon gefunden hätte. Es kam immer so ein komischer Typ in Plattenrüstung an. Hat dir das vor die Nase gehalten. Du hast gesagt, ich hätte das ganz gerne. Und der hätte dir das einfach so gegeben. Bastard. So, komm her. Dafür räumen wir dich jetzt aus. Schwere Bolzen. Naja. Eisenpfeile. Titanit-Chart mal 5. Das ist sehr gut. Und Large-Titanit-Chart mal 2. Also es kommt mir ein wenig so vor, als wären die Kisten hier so platziert. In Anlehnung an Dark Souls 1, weil man die Sachen ja bei ihm da kaufen konnte. Also außer die Large-Titanit-Charts. Aber Bolzen, Pfeile und normales Titanit konnte man bei ihm kaufen. Wir haben aber momentan bei ihm keine Kaufoptionen. Das heißt, wir haben das hier positioniert, dass man wenigstens ein bisschen was bekommt. Und vielleicht, was steht da? Du musst da weg. Genau, was steht da? Loch voraus. Dafür habe ich meinen Stab jetzt kaputt gehauen. Auch von hier aus nicht. Locking on. Ja, ist eh sinnlos, die Tür, weil wir hier ein Loch reingemacht haben. Gut. Also, Travel. Wir würden gerne nach Majula. Und in Majula würden wir gerne... So. In Majula würden wir ganz gerne unsere Seelen ausgeben. Und zwar nicht direkt für ein Level-Up. Sondern ich würde gerne erstmal zur Katze gucken. Und zu ihr gucken, ob es irgendwo diese Dinger hier, die Arme, Herbs, zu kaufen gibt. Im Idealfall endlos. Oh, du wieder. Komm, sie ist für dich auf dem Schiff. Sicher. Kaufen. Waffen. Dieselben Rüstungen wie vorher. Herbs hat sie, aber die Kosten 1.600. Das ist dreist. Aber Life Gems hat sie unbegrenzt. Das klingt gut. Zaubersprüche? Hätte sie nur einen Heilzauber. Yeah. Also Life Gems und die Bomben und Wurfmesser. Die haben wir schon mal unbegrenzten Zugang zu. Das ist gut. Und wir könnten theoretisch auch noch 5 Human Effigies kaufen. Werde ich aber erstmal nicht. Lively Times, diese sind. So, das ist schon mal gut zu wissen. Rüstungshändler. Du wirst nur Rüstung haben und nichts anderes für uns Interessantes, hm? Oh, hallo wieder. Kaufen. Rüstung, Rüstung. Infantry Boots Falconeer. Wiegt 4,5, wiegt 7,7? Nee. Also wir könnten bestimmt normale Rüstung einfach so tragen. Also wir könnten zum Beispiel, nehme ich an, statt jetzt der Robe. Zombie-Dalana. Statt der Robe, die eigentlich nichts macht. Außer es eine Frauenrobe ist. Die hat keine Boni in irgendeiner Form. Stattdessen könnten wir das Ding ja nicht tragen, weil das bringt uns auf 96%. 62. Die Tunie könnten wir tragen. Wir könnten die Soldier-Armor tragen. Wir könnten die Leder-Rüstung, die Hollow-Infantry-Rüstung tragen. Aber die ist irgendwie nicht so gut wie unsere komische Lumpenrobe. Ist besser als eine richtige Rüstung? Das ist sehr komisch. Oh, und die Drangleic-Mail haben wir uns gar nicht angeguckt. Drumonts Vorfahren haben Drangleic seit Generationen gedient. Sie sind die Verteidiger des großen Vororts. Aber Captain Drumont war der Letzte in dieser Linie. Also Rüstung theoretisch, wenn wir eine finden, die unsere Belastung nicht allzu hoch treibt, also unter 50% lässt, sag ich mal, könnten wir sogar anziehen, damit wir bei Bossen ein bisschen mehr aushalten. So, Katze. Hast du irgendwas Tolles an Ressourcen? Nicht schlafen? Oh. Nein, ich bin nicht ernst. Du hast einen ziemlich leidigen Scent. Du kennst mich auch schon. Das ist ein Tart, den ich bin ziemlich fasziniert. Kaufen. 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 Fallschadenreduktion. Wäre praktisch. Mir fallen jetzt nämlich schon zwei Stellen ein, wo ich gerne runterspringen wollen würde. Einmal bei der Feuerkröte. Und einmal hier im Brunnen. Aber ich denke, wir haben immer noch zu wenig Lebenspunkte dafür. Was haben wir hier? Wir haben Heimkehrknochen. Wir haben Prismensteine. Sie sind dazu da, den Weg zu markieren. In Dark Souls 1 gab es die auch. Da konnte man sie aber auch dazu nutzen, um zu gucken, wie viel Fallschaden man bekommen wird. Das heißt, ich kaufe mal fünf davon. So, Gegner anlocken. Verhindert Estos Regeneration. Das dürfte nur für PvP wichtig sein. Nee, nicht wirklich. Ich hätte lieber einen Händler für wichtiges Zeug für uns. Zum Beispiel eine tolle Robe, die irgendwie mehr Zauber pro Spruch gibt. Oder, keine Ahnung. Oder besser einen Zauberstab. Das wäre echt schick. Hallo. Ja. So. Wir haben noch keinen neuen Zauber gefunden. Also können wir ruhig eine Attention hier ignorieren. Sondern weiter auf Int gehen und Vigga. Vigga, Vigga. Und Int, 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 Int. Spricht da was gegen? Ich glaube nicht. Nö, mach ich einfach mal. So. Und wo wir gerade dabei sind, könnte ich alle Seelen, die ich gefunden habe, auch gleich mal benutzen. Also außer die besonderen Seelen. Wir haben hier die Seele zum Beispiel. Ja, aber wir haben noch keine Ahnung, was wir daraus machen können. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, in Dark Souls 2 ist es besser gelöst als in Dark Souls 1 mit den großen Seelen. Also wenn man da gewisse NPCs gefunden hat, dann können sie einem wirklich zeigen, was man daraus herstellen kann. Und man muss nicht alle Waffen auf Plus 10 bringen, nur um zu gucken, welche Waffen man eventuell mit einer bestimmten Seele Zufälle herstellen könnte. Das fand ich echt doof im ersten Teil. So, dich benutzen. Dich benutzen. Dich benutzen. Und euch 5. Euch 5 benutzen. Gott. Wieder 10.000 Seelen. Das müssen 3 Level Up sein. Level Up. Und, 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 und. Ich will mehr Schaden machen. Viel, 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 viel mehr Schaden. So. Klick. Gut. Wo weiter? Wir können jetzt gleich wieder zurück zur Lost Bastille gehen. Und dann den einen Sims abklappern, den wir ganz am Anfang gemacht haben. Und gucken, ob da noch irgendwas war. Wenn da dann was ist oder auch nicht, können wir weiter und den Raum leer machen, wo wir von hinten durchs Fenster in den Hintern den einen Typen angeschossen hatten. Genau da. Da können wir weitermachen. Ja. Also bis gleich. Aber. Ja. Ja.